Das ist der dritte Versuch jetzt. Der dritte Versuch, mal hier so ein Selfie-Video zu machen von unserer Frühstückssituation. Ich habe hier also extra so ein bisschen Produktplatzierung gemacht. Das ist nämlich die Original-Dänische Remoulade. Eine Kalorienbombe. Und das ist die Original-Dänische, der Original-Dänische Joghurt. Super lecker. Und das ist hier die Original-Dänische. Okay, Schluss. Schluss. Hallo, lieber Radenfix. Wir sind zurück aus dem Urlaub. Nein, noch nicht ganz. Wir sitzen ja noch in unserem Wohnwagen in Dänemark. Nach zweieinhalb Wochen habe ich doch tatsächlich das erste Mal vom Rasenmähen geträumt. Heute Nacht das erste Mal vom Rasenmähen geträumt. Da dachte ich, jetzt wird Zeit. Jetzt muss ich das erste Video machen und euch erzählen, dass ich schon in meinem Träumen wieder Rasen mähe. Und wie es bei uns zu Hause aussieht. Ich habe ja jemanden engagiert, der meinen Rasen gemäht hat. Ich bin sehr gespannt, was daraus geworden ist. Also, bleibt dran. Wir werden noch hier zu Ende frühstücken und dann sehen wir uns auf der Rasenfläche. Yeah! So, Andreas, jetzt kriegst du auch noch mal ein kurzes Video. Ich bin in dieses Maisfeld reingegangen und habe dann eine Szene gedreht, wo ich aus dem Maisfeld rauskomme. Und was sehe ich im Maisfeld? Ein Golfball. Der ist hundertprozentig von dir. Und guck mal, wie lange der da schon gelegen haben muss. Oben noch Neongelb und unten schon richtig verblasst. Der lag so im Boden. Den behalte ich jetzt. Mist, das habe ich noch nicht mal aufgenommen. Diese Stelle da, die ist extrem. Schau mal. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ob du hier Rotspitzigkeit hattest. Hier auf jeden Fall auch. Schau mal. Oder ob das halt einfach trocken ist. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich an ein Video, da hattest du hier Hydrophobie gehabt. Ich habe ein paar Aufkleber in deiner Garage verteilt. Ups, hier liegt noch eine Folie. Oh nein, hier liegt ein Aufkleber. Oh, darf ich den an den Briefkasten machen? Ich habe schon im Video gesagt. Oh, das traue ich mich jetzt nicht. Nein, mache ich nicht. Ich habe ein paar Aufkleber verteilt. Ich wünsche dir viel Freude beim Suchen. Genau. Und die Kamera wird jetzt eingesteckt und dann geht es ins Auto. Ich freue mich auf deine Antwort. Bis gleich. Ciao. Schönen guten Morgen, lieber Radenfreaks. Wir sind wieder zu Hause. Oh, schnell mit dem Handy. Der erste Shot hier morgens. Gestern Abend spät nach Hause gekommen. Junge, Junge, Junge. Abends spät. Da hat man natürlich nicht mehr so ganz viel gesehen. Und jetzt hier der erste Shot auf die Rasenfläche. Gucken wir hin. Urlaub und Rasen passt nicht zusammen. Mein lieber Kollege Mojobs hat hier gemäht. Oh, scheiße. Oh, habe ich nie gesagt. Oh, nee, ey. Vertrocknet. Pilzbefall. Ei, 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 ei. Wieder diese Stelle hier am Durchgang. Oh, hier. Ganz weiß. Oh, die war ganz trocken, ganz braun. Da. Ganz. Boah, was. Ei, 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 ei. Ja, nur mähen. Drei Wochen lang. Einmal die Woche. Das reicht natürlich nicht. Gut, das Färbel sieht jetzt nicht so schlecht aus. Nee, das Grün. Auch nicht schlecht. Viel Pore. Viel Pore. Ui. 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 Ja, und was sieht gut aus? Was sieht gut aus? Die neu gesäten Flächen. Es ist ja der absolute Oberhammer. Die neu gesäten Flächen. Hier ist das Gras so stark gewachsen, dass der Meer die Halme nicht aufgenommen hat. Boah, was. Was für eine fette. Hier. Fett. 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 Viel zu hoch. Viel zu hoch hier, die Südkante. Ja, da merkt man, da ist noch Dünger drin. Dunkelgrün. Und meine nicht gedüngten oder organisch gedüngten Flächen sind völlig hin. Ah, die neue. Die Wollrasenfläche. Die sieht richtig cool jetzt aus. Gibt's denn sowas? Gibt's denn sowas? Ach, Leute. Ja, das ist immer das Problem. Nach drei Wochen nichts tun, wo man fast jeden Tag hier auf so einer Rasenfläche was tun muss, erzeugt natürlich dramatische Situationen. Oh, hier auch. Hier hat er reingemäht. Ruven, was hast du da reingemäht? Oh, die Poa blüht hier überall, ey. Aber die scheint auch richtig gequält zu sein. Durch die Trockenheit. Da. Hier. Durch die Trockenheit. Überall ganz braune Stellen. Noch ein bisschen Poa. Aber wir haben immer noch ein Poa-Anua-Problem. Hier auf der Felbefläche gar nicht so. Die hier hinten sieht eigentlich ganz gut aus. Gar nicht schlecht. Hier so ein bisschen im höheren Gras. So ein paar Spots. Ja. So ist das. Ja. Von wegen. Der Rasen ist immer perfekt. Lecker ist das. Oh, ey. Die Südkante. Mann, ey. Da bin ich nochmal hier in die braune Stelle hier. Wahnsinn. Meine Frau will frühstücken. Da ist sie. Dann wird uns mal Brötchen holen. Ja. Und dann geht es hier los. Viel Spaß. Bleibt dran. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Und die Müllabfuhr ist auch schon da. Tschüss. Tschüss. Wir sind ein bisschen hochgegangen jetzt mit der Power. Das ist besser. Das ist besser. Und das ist besser. Da war so. Dämmchen. Na fürn陽шие in dunkeln. Untertitelung des ZDF, 2020